Guck mal, sowieso aus dem Teich ziehen wir. Klar, Alter. Ich hab zwar im wahren Leben auch noch nie geangelt, aber ein Kumpel von mir, der angelt, und dem scheint das... Dem scheint das, glaube ich, echt Bock zu machen. Was war denn jetzt schon wieder hier? Ja! Ähm... Die wollen meinen Köder nicht... Oder doch? Nein! Mann! Vielleicht müsste ich mal was anderes anlegen hier, als diesen Gold-Kaktor. Nein, keine Ahnung. Route? Was ist denn das hier? Schlangenkopf. Ein Popperköder. Ja, komm her. Versuchen wir den mal. Ähm... Auswerf. Aha. Oh, ich drücke die falsche Taste. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, leid, leid. Hm... Ich glaub, der will nicht. Ich werf da mal in die Richtung. Da sind ein bisschen mehr Fische. Ganz schön viele Fische da. Da muss er... Hm... Nicht, dass ich wüsste... Oh, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Wieso beißt denn hier keiner an? Ich will doch nur einen Fisch fangen. Nur einen. Hast du grad einen auf cool gemacht? Nicht, nein. Ja, jetzt aber. Ringen. Alter, falsche Richtung. Nein! Mann! Gibt's doch gar nicht. Hat er natürlich die Köder? Nee, hat er nicht. So, links. Ja, sag mal. Zappelhannis hier, Alter. So, haben wir ihn. Na, echt ein Zappelhannis gewesen. Na, toll. Kennen wir doch, oder? Krum, Horn, Blau, Kiemling. Haben wir schon. Nö, dann will ich auch nicht mehr. Jipp. Zack, weg mit der Angel. Schmeiß sie weg. So, komm jetzt. Zurück nach die Null. Ähm, darf ich durch? Danke sehr, links. Links nicht fliegen. Vielen Dank. Genau. Abarsch. Steht da. Trümmerhain. Oh, meine Kopfhörer tun weh am Ohr. So ein bisschen. Ich hab ja jetzt hier wieder Kopfhörer auf dem Ohr. Ich hätte ja auch bei der Bearbeitung leider festgestellt müssen, dass bei den letzten Videos... Ach, die können mich mal... ...dass, äh, ganz, ganz bisschen was in der Tonaufnahme hier mit drin war. Leider. Ich hoffe, du hast es jetzt nicht so gemerkt. Ich meine, wenn ich gesprochen habe und, äh, das Video auch ordentlich Ton hatte, dann hat man es ja auch nicht gehört. Naja. So, endlich mal wieder zurück zum Geil-Dien-Kai waren wir ja schon ewig nicht mehr. Automatisches Fahren fortsetzen. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Dann haben wir noch ein bisschen Mucke. Und dann... ...strecke ich mich mal. Und dann machen wir noch mal hier so ein Hauptmissionchen. Ich hoffe, das dauert nicht so lang. Stunden habe ich noch in der Aufnahme. Das würde, glaube ich, passen. The Landing. Auch ziemlich cool. Kommt da denn was? Ich hoffe, gar nichts. Oh ja, doch. Auf dem linken... ...kommt ein bisschen mehr. Deh, 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 deh. So, hier sind wir noch gar nicht lang gefahren. Schauen wir mal, wie das hier so ist. Passt ja so ein bisschen The Landing gerade. Alter, ein Tunnel! Wuhu! Okay. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte er hier vielleicht was vom Laster gefallen sein, oder? Ich glaube, ich weiß jetzt sogar, wo wir rauskommen. Ich glaube, ich das eine Mal schon gesagt hatte, dass wir da geradeaus noch nicht lang gefahren sind, als wir zum Galdinkai unterwegs waren. Mich würde ja auch noch mal interessieren, ob man jetzt, wo wir jetzt gerade drunter durchfahren, ob man da drüber auch noch dran langlaufen kann. Gerade sieht jetzt zwar nicht so danach aus, als ob man das könnte, aber... ...kannst du mal schneller fahren, Alter! Ich kann die echt nicht beschleunigen, ne? Hier steht zwar beschleunigen, R2, ich drücke voll rein, aber... ...Ignis hält sich... ...Ingis... ...Ignis? ...Ignis! Ja, ich hab's einmal richtig gesagt, Mensch. Hält sich hier voll an die Geschwindigkeitsbegrenzung, obwohl's ja irgendwie keine gibt. Huiiii! Genau. Wer ist die Galdinkai? Die Insel da drüben, ne? Und was ich auch langsamer machen muss, ist... ...mir mal Ramuhungel, ne? Die gibt's ja in einer diesen komischen... ...Minen bei Wiz. Auch noch nicht gemacht. Die Frage ist natürlich auch, ob ich da schon levelmäßig gut für bin, das zu machen. So, da sind wir endlich am Galdinkai. Gott sei Dank. Schön parken. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Ja, Prompto. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? So. Auf zu Dino, auf zu Dino. Hm. Also irgendwie... Manchmal habe ich das Gefühl, als ob sich das Wasser irgendwie... ...die Animation irgendwie ändert. Nachts sieht das irgendwie echt komisch aus. Hier am Tag geht's wieder. Spiegelungen, die sehen auch noch einigermaßen aus. Haben die den Backäpfer gefixt? Kann das sein? Hi. Hallo, guten Tag. So. Warum muss Dino eigentlich auch da ganz hinten sitzen? Hier ist natürlich auch das Zeltrecht. Ja. Wenn du das Zimmer hier spendierst, Gladio, dann können wir hier gerne übernachten. Aber ich glaube sonst... Nein. Hallo. Da war doch Ironie drin, oder? Ne, leider nicht. Ah, schade. Na dann, die Belohnung. Ich hab noch mal ne Schippe draufgelegt. Erzähl demnächst mal, wie du's fandest. Ne Schippe draufgelegt. Moa. Das ist nett, dass du so viele Erfahrungspunkte durchspendierst. Heliodor-Armband. Oh, jetzt geh ich schon wieder ein. Hallöchen! Na. Du hattest schon wieder ne Aufgabe, Alter. Er kommt ja wie gerufen. Mir schwant nichts Gutes. Dann weiß du auch nicht. Was ich jetzt sagen will? Geht's um Rohedelsteine? Haha, genau. Wir zwei werden noch richtig dicke Kumpel. Auf diese... Auf diesen Steinsucher können sie bauen. Ja, genau. Zum Zielortbeginn. Auf diesen Steinsucher können sie bauen. Die Ino. Oder so ähnlich. Echte Freundschaft fürs Leben, was? Er behandelt dich wie seinesgleichen. So spricht man doch nicht mit nem Prinzen. Das hier. Die Seluna-Felle. Ein berauschender Anblick in Altissia. Kann ich das angucken? Bing, bing, de bing, de bing, bing, ding. Ich weiß, ich mach jetzt einen Fehler, aber ich gucke mal hier drauf. Hallo. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Da bin ich denn eingezeichnet. Äh, wenn immer neu eingezeichnet? What? Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Schale geworfen. Lebensräuber. Ach so, das... Äh, ah. Aha. Jetzt verstehe ich auch, was dieses Zeichen dahinter bedeutet. Das ist natürlich Nacht. Aha, 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 aha. Ähm, du, nein. Beehren Sie uns bald wieder. Ja. Goktura. Machen wir. Bald. Mmh, vorzüglich. Ja, denn er meinte, er sei ganz frisch gefangen. Ja. Und schmeckt's nur an der Küste. Genau. Ja, ich hab auch mal wieder Bock auf so richtig geilen, füllen geile Fischplatte oder so. Wenn mich noch schön gut daran erinnern, letztes Mal im Urlaub, hab ich mir eine Fischplatte bestellt, die eigentlich für zwei Personen ist, aber ich hab die einfach mal alleine gegessen. Weil Fisch geht ja eigentlich, Fisch geht immer rein, egal wie satt du bist. Fisch geht immer. Ich glaub, die haben echt so ein bisschen, die Grafik ein bisschen, äh, behoben. Sieht irgendwie jetzt besser aus, das Wasser. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Vielleicht lag's ja auch noch an meinem komischen Kack-Fernseher, den ich, mit dem ich da gespielt hab. Oh, jetzt wird's schon wieder dunkel, ne? Naja, erstmal wieder pennen gehen. Wo ist denn der Wohnwagen? Gehen wir erstmal wieder pennen. Fünf Kilometer ist unser Dingens entfernt, Gott. Erstmal kurz vor die Treppe kotzen. Und dann pennen die. Ähm... Kings'Night? What the fuck is Kings'Night? Aber, schon allein der Satz, wo Prompto sagt, heute Nacht mach ich dich fertig? Klingt bisschen komisch. Aber egal. Hab ich jetzt mal nicht gehört. Di-di-di-di-di-di. Di-di-di-di-di-di-di-di... Ja. Da ist es Prompto jetzt auch endlich Level 22. Ein bisschen was zum Fotografieren noch. Wieder bei Sid. Ja! Mhm. Irgendwie gerade aufs Korn genommen. Na, das sieht gut aus. Na ja. Na ja. Ja genau. Hey Loverboy! Superboy. So, 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 so. Meier Tag. Neues Glück. Wieso kocht der eigentlich nichts mehr? Der hat doch sonst auch mal was gekocht. Naja, tanken wir nochmal auf. Vorher wieder 5 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Ist ja ein Stück. Stöhnen. Immer dieses lästige Tanken. Weil es auch so teuer ist. Tank ist wieder voll. Einsteigen. Und dann machen wir automatisches Fahren. Zum Aufgabenziel Familienbande. 7 Minuten liegen. Gott. Okay, so, los geht's. Machen wir endlich mal ein bisschen der Main-Story nochmal hier in der letzten Aufnahme-Session weiter. Na, nochmal durchstrecken hier. Da stand jetzt 7 Minuten brauchen wir, ne? Das sind aber auch keine echten Minuten, oder? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Glaube ich jetzt nicht. Ich hab jetzt mal eben geguckt. Du müsstest hier bei mir in der Aufnahme-Aufnahme-Video müsste da eine 2,26-Stelle. Kann ich mir nicht vorstellen. So, was haben wir hier noch? Force away! Problem ist dann natürlich wieder hier bei dem Spiel, wenn ich hier diese Lieder durchscrolle, dass ab und an mal so hier irgendwer sagt, von wegen, äh, Copyright und so, dass da einer seinen Finger drauf hält. Natürlich vorzüglich, vorzugsweise Square Enix, ne? Weißt ja. Von daher, ja, sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Ähm, mehr Fotos von Ignis, mehr Fotos von Gladio, mehr Fotos von Noctis. Wie gehabt? Hab ich Vorlieben? Ich hab keine Vorliebe. Wie gehabt? Mach einfach, wie du denkst. Eigentlich nicht. Mach einfach weiter, wie immer. Okay, ganz, wie du wünschst. Prompto wird auch weiterhin alle gleich oft fotografieren. Ja, warum sollt ihr... Keine Ahnung. Ich hab ja jetzt keinen Lieblings, äh, mit Charakter. Und naja, mach doch, der willst! So war ich stehen geblieben. Ja, äh, mit den ganzen Copyright und so, ne? Dass da was getriggert wird bei mir in den Videos, hatte ich bei dem Opening Theme, glaube ich, von Final 7, dass das da getriggert wurde. Hab da jetzt zwar einen Einspruch mal eingelegt. Mal gucken, was da passiert. Da ich ja... Das ist... Die Lieder sind ja so gesehen eigentlich unbrauchbar, wenn ich da mit meiner Stimme drüber sabbele, ne? Und außerdem spiele ich ja auch nicht die kompletten Lieder ab, sondern einfach immer nur ein paar Stücke. Jetzt ist das Lied ja eigentlich auch quasi unbrauchbar für manche andere, die sich da irgendwie vielleicht das Lied ziehen wollen. Aber ich glaube, da gibt es irgendwie auch andere Methoden, das dann zu tun, ohne meinen Gesabbeln mit drin zu haben. Ne? So, wir forcen weiter unseren Way. Kommen hier wieder in die Duska... Duska-Region, keine Ahnung. Ich schlug das Kolm mal weiter. Alter, der Mann muss mit dem Machine Gun! Derde, derde, derde. Fand ich auch ziemlich geil, die Szene bei Final 8 da mit Laguna, Kyros und Ward. Das fand ich, ja, fand ich ziemlich, ziemlich gut gemacht auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht so viel spoilern von Final 8, ich meine, gut. Ein Großteil kennt es wahrscheinlich dann eh schon, aber, nee. Das muss man nicht zu viel drüber erzählen. Da kümmern wir uns dann im 100% Run drum. Nicht? Da hab ich ja wieder assiste, ich wollte ja über die Marathons noch was erzählen. Den Final 8 Marathon, den wir da gemacht haben, der ging dann auch ganz gut von der Hand. Ich weiß gar nicht mehr, 35 oder 36 Stunden sogar dauert. Mal ein bisschen länger, komischerweise. Obwohl man ja eigentlich nicht so viel kämpfen muss in diesem Spiel. Es ist ja, je mehr Level du hast, desto stärker lang auch die Gegner. Ebene, 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 das ist gut. Und, äh, von daher sind wir halt eigentlich ziemlich gut durchgerusht. Es gibt natürlich auch das ein oder andere Cheaten, was man am Anfang machen kann, dass man auf einmal sehr, sehr viel Leben hat dann am Anfang. Das Kartenspiel ist auch sehr wichtig. Karten umwandeln und sowas. Hat auf jeden Fall ganz schön Bock gebracht. Und dann kam der Final 9 Marathon. Alter Schwede, hör mir auf. Der war, glaube ich, der schwierigste. Alter! What the fuck is'n das da? Let's groß. Let's mal riesengroß. Der rennt da einfach so rum, oder was? Ja, den gucken wir uns irgendwann nochmal später an. Ähm, ja genau, der Fall in den neuen Marathon war natürlich richtig schwierig. Ja, Mann. Fotografieren. Fotografieren. Kortes-Platte. Coole Idee. Okay, nichts wie hin. Die Kortes-Platte, Alter. Nice. Nice, nice. Ja, der Fall in den neuen Marathon gestaltete sich dann am schwierigsten, da wir gegen Ende, also diese fucking Endgegner, nur noch Vivi dastehen hatten, der Gott sei Dank etwas ausgerüstet hatte, was sämtliche Elementarsachen absorbierte. Das heißt, der wurde immer geheilt, immer geheilt. War zwar mit einem Angriff dann fast immer knapp tot, aber wurde dann immer wieder geheilt, Gott sei Dank. Ja, und wir haben dann einfach immer nur noch Eisra, 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 oder Eisgar, eher gesagt, draufgekloppt und, ja, das war ziemlich bewegen dann das Ende. Da ist ja auch eigentlich schon gedacht, wir schaffen es nicht. Ja, wir haben es dann doch Gott sei Dank geschafft. Wo, wo sollen wir denn hingehen zum, da unten? Die Kortes-Platte. Hier ist also ein Meteor reingerammelt. Oh Mann! Ich will jetzt hier ein Foto machen, Alter, hier ist nichts mit Feinden. Gute Wahl. Aha. Kannst du mal deinen Arm wegnehmen? Klick. Ah, die Kortes-Platte. Das geht aber eigentlich besser, oder? So, schnell zurück zum Auto. Zeile für Zeile 4. Sind jetzt weg. Despawnt. Alter. Krass. Alter, komme ich jetzt nicht mehr hoch? Muss ich jetzt echt da hinten rumlaufen? Unglaublich. Die Kortes-Platte. Alter, da unten ist er. Der Cut, Bleepus. Hey, Noct, über dir. Über mir kann mich mal. Oh nein. Genau, vom Auto. Alter. Werde ich es noch schaffen, diese Missionen zu Ende zu bringen heute? Fragezeichen. Jetzt könnte mal so ein Timer laufen. Fragezeichen. Hier räume ich auf. Kann ich nicht einfach ins Auto? Kann ich nicht. Stört mir ja nicht. Dann greifen wir halt mal an. Mein Auto, geh weg hier! Das ist ja nicht mehr so. Auf, auf! Ah, tut mir leid. Hä? 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 Autos einfach mal stehen bleiben, das ist wie so eine Herdekühe, die hier gerade auf der Straße lang läuft oder Schafe. Oh, warte mal ganz kurz, das hat sich gleich erledigt hier, glaube ich. Müssen wir nur mal kurz warten. Ähm, was passiert? Alles klar? Ach, nur verschwanden. Oh Mann! Verschwinde! Warum hab ich nicht gleich die Däuche genommen? Unglaublich. Den Däuchen schnitzel ich die mal eben um Längen schneller weg. Mann, Mann, Mann. So, Foto gemacht, Assis gekämpft, weiterfahren. Tschüss. Ich glaube, ich muss aber echt nochmal pennen, bevor es weitergeht. Wow, guckt mal! Der Meteor! Genau. Und er brennt bis zum heutigen Tage. Versorgt so ganz Lestallum mit Energie. Aha. Ehrlich? Ha! Ähnlich wie Insomnia mit seinem Kristall. Ich glaube, ich verstehe. Aha. Wunderschön. Dazu die Fisherman's Horizon Musik. Die, 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 die. Och Mann, ist es immer noch ganz schön lang, ne? Bis wir da sind. Alter Finne. Warum steht hier eigentlich immer ein Kilometer? Kann da nicht mal stehen, wie viel Kilometer es wirklich sind? Was war das denn da für ein Zeichen? Energie oder so? Oder was? Oder was zum Drauen? Lestallum. Fahren wir da jetzt grad hin? Genau, ja. Iris in Lestallum treffen. Ja, bis natürlich wieder, ne? Da ich jetzt die Hauptmission mache, natürlich wieder schon wieder Sorgen, dass ich hier sämtliches Kram liegen lasse. Was wahrscheinlich auch der Fall ist. Äh? Wir sind ja schon fast da. Und warum ist der Weg dann halt noch so lang? Der vorsteh ich jetzt nicht. Wo fahren wir? Wo fahren wir denn lang? Warte mal, lass mal kurz auf die Karte gucken. Kann ich nicht. Alter, cool. Man kann ja nebenbei auf... Aha. Hm. Naja. Weißt du was? Ist egal. Wir fahren jetzt ja einfach den Bogen rum. Alter. What a fucking große Schlucht. Also die... Die Landschaft, ne? Ist, haben sie... Also muss ich sagen, ist sehr big. Und geil. Das sieht schon echt gut aus. Da sieht echt gut aus. Na gut. Wir hätten das jetzt ein bisschen kürzer haben können. Aber... So, jetzt... Da hinten will ich drauf. Irgendwie will ich da drauf. Kann man bestimmt runterfallen. Muss bestimmt gegen Spezial-Mob kämpfen oder so. Das... Die Szene erinnert mich grad irgendwie komischerweise an Gran Turismo. Ähm... Ich glaub Gran Turismo 2 oder so. Irgendwie echt schön. Wie die Stadt wohl aussehen mag. Ja, bestimmt nicht wie ein Berg. Oder ein Tunnel. Oder? Oder, oder. So, noch mal einen Seidersippen hier. Maybe... I'm a lion. Wow! Hey, hey! Zack, bist du in der Großstadt? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh! Eine Seilbahn! Ich frag mich. Wohin man damit wohl fahren kann? Krass. Fette Großstadt. Ja, sind wir da. Lass mal irgendwas hier mal einparken. Perfekt. Sollten wir uns ein kühles Plätzchen suchen. Ein kühles Bier holen sollten wir uns. Können wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Ja, bestimmt. Adäquat. Der Schwede. Oh Mann, ist das groß hier schon wieder. Lestalum. Herzlich willkommen in Lestalum. Oha. Du hast aber auch ein komisches... Alter, was ist das? Warum hat die sowas an? Was hat die da an? Hast du gesehen? Es gab einen Boob-Bouncer sogar. Haben sogar so einen Boob-Simulator mit eingebaut. Wahrscheinlich rennt sie deswegen so komisch hin und her. Alter, ich möchte doch nur interagieren. Hüpf... Hüpf doch nicht immer rum. FM und A Pfefferschoten. Bester Kälbers Pfeffer aus Duska. Schmackhaft eingelegt. Sieht gut aus. Oh. Ding, 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 ding. Lass uns hier ein Foto machen. Musik ist cool. Ja, schön Prompto. Hast du fein gemacht. Hast du echt fein gemacht. Kann man hier durchgucken eigentlich? Nee, ne? Okay, du spielst Dr. Jäger. Och nö, will lieber ein Jäger sein. Die beiden... Was? Ach, ein Jäger. Ich hab eben was anderes verstanden. Hä? Ding, 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 ding. Okay. Muss ich hier erstmal umgucken, ne? Guck mal hier mal in die Schlucht gucken. Alter, ist das tief. Ich würd' ja gern mal runterspringen, ne? Ei, 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 ei. Oh. Ding, 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 ding. Ja, du lässt's dir gut gehen hier, ne? Schön am Penn. Ich glaub aber auch... Jawoll. Sauber. Ding, 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 ding. So. Gibt's hier noch irgendwas zu tun? Was gibt's hier? Sämtliche Läden. Was macht Ingis da, Alter? Was macht er da? Warum steht er da? Ding, 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 ding. Sehr gut. Ja, Lister, dumm gefällt mir so ein bisschen. Vor allem dieser fetten Schluchter. Aber wir wollen ja mal gucken, ob es hier endlich mal diese fucking... Fertig, Nudeln? Ja, demnächst mal. Ja, demnächst mal. Wir haben, glaub ich, noch genug Zutaten, oder? Wow. Da ist das groß. Okay. Ähm, wir sind hier. So viele Leute. Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Aha. Vielen Beben? Okay. Diep, 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 die. Hey, junger Mann. Gönn dir einen Happen. Äh, äh, danke. Gern. Und, schmeckt's? Ja, lecker. Nicht wahr? Erzähl's deinen Freunden. Deine Frau wurde befördert? Glückwunsch, Mann. Oh, schönen leckeren Spieße. Jetzt auch Bock drauf. Deutigte Bestie Nebelauge, verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen in Daska, ist erlegt worden. Ja. Thomas hatte den Ruf, selbst für seine Art extrem wild und gewalttätig zu sein. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals groß angelegte Jagen auf die gefährliche Bestie unternommen, die jedoch stets erfolglos blieben. Die Unruhe der Bevölkerung wurde dadurch nur noch verstärkt. Laut der Meldatio Jägerzentrale ist es vierfähigen Jungjägern endlich gelungen, die Bestie zu erlegen. Berichte über entstandene Sachschäden liegen nicht vor. Die Kautestplatte steht ja nicht in Flammen. Tja, das waren wir, ne? Körnigsöl. Wenn ihr Auto auch etwas von der Reise habt. Körnigsöl. Wurstung und Wartung in jeder unserer Werkstattfilialen. Oh Mann. Was ist das hier? So ein Stück Papier. Fetzen Papier. Boah, hier gibt's so viel, aber ich werd' glaube ich mal, da die Zeit knapp ist, mal eben hier schnell. Okay, bringen ihn jetzt. Schöne Hintergasse, Alter. Das ist ja hier wie im wirklichen Leben über steht Zeug rum. Müll liegt auf der Straße. Oh oh. Na? Kennen wir den nicht? Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg. War das nicht gerade? Der Herr... Der Herr Titan? Was ist das hier? Kosmogonie hatten wir glaube ich schon, ne? Anation zur Kosmologie. Die Pakte aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogonie verfasst wurde, datierte ein Schriftstück, das von Pakten spricht, die die Kanagie mit den Göttern schloss. Die Pakte sind eine der seltensten Gelegenheiten, zu denen die Göttern sich vor den Menschen zeigen und ihre Stimmen Gehör schenken. Ja. Bi-di-bi-bi-bi-bi. So. Hallo!